Musik Moinsens und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Zum wahrscheinlich grande finale, ja, nachdem hier noch eine Mappe liegt, die ich am Anfang sofort vorgelesen muss. Vorgelesen werden muss, mein Dear. VRV gelesen werden muss. Murkhoff Psychiatric System, morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme in der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich geprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitswälter, muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeamtung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr bei Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2, die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die Ausrechnung der Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich betätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3, im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniken eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems wird zum sofortigen Tod des Patienten. Wissen wir also Bescheid. Achso, Notfallsystem ist nicht eingeschaltet. Dann müssen wir, glaube ich, hin. Verstehe aber nicht, wenn der Wallraider vorhin den Fetty Fettfeld getötet hat, warum der dann nicht uns gleich noch mit drüben hat. Ja, aber eigentlich will der uns auch was Gutes, bis wir versuchen, ihn zu töten. Echt? Verstehe ich nicht. Na guck, weil da war ja auch hier ein Patient in der Anstalt, weißt du, der da höchstwahrscheinlich irgendwie fälschlicherweise eingeliefert wurde. Wie wird das dem, was ähnliches wieder vorn ist, wie dann wahrscheinlich uns in Whistleblower wieder vorn wird. Aus persönlicher Notiz von Dr. Wernicke, Fragen stellen unter der moderne Prometheus von Mary Shelley als 1918 anonym veröffentlicht, Kapitel 4 Auszug. Lerntet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann. Und um wie vieles glücklicher derjenige sein, sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist, als der Marktflecken darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist er, ist nicht solcher Mensch zu schätzen, den einer, der der Strebe größer zu sein, als der Natur es ihm erlaube. Alles klar machen wir. Do not turn the world. Stand da dran. Mach mal aber nicht. Ich soll, ich würde an deiner Stelle rennen, weil ich glaube, der Billy ist nicht so amused darüber, dass du das gerade getan hast. Hallo, das ist ein April-Strecht, den ich gerade rausgekommen habe. Wie bekloppt muss man eigentlich als Entwickler eines solchen Spiels sein, um sowas zu entwickeln? Der will nicht sprinten. Sprinter. Oh oh. Der kann durchtüren, du musst schnell zur Bombo-Wende. Schneller will er nicht laufen. Schneller will er nicht. Werde ich immer noch verfolgt? Ja. Da musst du durch, da musst du durch. Das Spiel ist echt fies, ne? Ja. Bei manchen Stellen. Zum Glück ist das der wenigste, oder zumindest ist das voraussichtlich der letzte Part. Chanel, Chanel, Chanel. Was? Chanel? Ja, Chanel. Das ist doch so ein Parfum, oder? Nee, nee. Irgendwas anderes war. Das habe ich auf jeden Fall schon gelöst. Nee, das war so weit. Ich weiß, es war Parfum. Alter, die TV-Ukriezige noch, ey. So, safe. Oder auch nicht. Boah, ich denke mal, ist alles klar, safe, ja? Gleich hast du es geschafft. Der kann durchtüren und alles gehen, aber nicht durch Kontaminierungsschleusen. Die Kontaminierungsschleusen, ja? Unlogisch. So, nächste Akte. Das geht hier Schlag auf Schlag. Am weit finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merkow-Wohltätigkeits-Psychiatrie-Programm im Maut-Bassif-Hospital in Colorado, USA. Ey, das Formular ist schon und alle wichtigen Zahlen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nicht von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbei geführt wurde. Er nimmt an den Experimental, der seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahend in ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen will. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Jetzt ganz Chanel, bitte. Ich mach schon ganz Chanel. Immerhin, mit den Zermatoren, die wir hier haben, kommen wir auch durch. Weil hier kannst du ja, glaube ich, sogar Zeit lassen, soweit ich weiß. Nee, ich glaub, der ist da... Nee, hier kann ich mehr Zeit lassen, das weiß ich. Aber da vorne ist der, glaube ich, nicht mehr ganz so lecker darüber. Aber wenn ich jetzt Dinge mache, dann kommt der auch das hier. Der ist nicht ganz so lecker darüber, dass du das gerade getan hast. Alter, wie viel Stockwerke bin ich dir da in die Tiefe gefallen? Vielleicht 13 Stück oder so. Natürlich überlebt er das auch noch alle unbeschadet, ne? So ein leichtes und leichtes Schlagseite hat er schon. Hat er in der Schlagseite? Also ein bisschen Schachseite hat er. Jetzt haut deine Hand da drauf. High five. High five! High five. High five. High five. War klar, dass ich natürlich stehenercaist zu filmen, wie dumm der auch ist. Beim größten erscheint die Kamera. Wie hat er das jetzt gemacht? Der hat nur so ein paar Knochen gebrochen. Die wichtigste Kamera ist unbeschädigt. Also nicht mehr beschädigt. Das Modell hätte ich auch gerne, das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So wie ihr seht, ich kann nicht mehr sprinten, ich kann gar nichts mehr. Ich kann nur noch rumpeln. Ich glaube, unser Leben wird leider nicht mehr sehr lange andauern. Spoiler hier nicht. Ich spoilere mich, ich äußere eine vermute. Ach so. Ja, vergesst den Spoiler. So. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Ende wirklich ein bisschen traurig. Ich finde aber zumindest gut, dass wir blau rausbekommen sind. Sonst wäre das Ende wirklich ein bisschen traurig gewesen. Ja. Du musst die Zeit noch strecken, wir sind noch nicht abfolgen. Der Abspann kommt doch noch, vergiss das nicht. Ach so. Aber die effektive Spielzeit hast du noch nicht weg. Ja und, ist doch egal. Muss ich halt das Intro vorher fünfmal einspielen. Äh. Gute Miene zum Püsselspielen. Au. Du müsst das Blut nicht in die andere Richtung fliegen. Du könntest hier drünen aufzunehmen. Das stimmt. Aber es tut mich zu. Nee. Also, Max, jetzt zum zweiten Mal unser Fazit zu dem Spiel Outlast. Mach du das zuerst nicht, wenn du mein Fazit für rechte Nacht. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde es immer wieder toll, das zu spielen. Kann man öfters machen. Aber langsam geht es ein auf die Psyche. Also ich bin ganz ehrlich, das Spiel, also was auf mein Statement. Als ich das Spiel das erste Mal angezockt habe, als es auch blind war, war ich ja damals, ich hatte kaum Erwartungen an das Spiel. Weil es ja halt mal sozusagen mein erstes Horrorspiel war so richtig. Und ich muss sagen, allein schon am Anfang, im ersten Part, wer den gesehen hat damals, wo ich in der Bibliothek fast vor Schreck aus dem Latschen gekippt bin, wegen der Leiche. Da wusste ich schon, ah, da kommt einiges auf mich zu. Und ich bin ja wirklich schon langsam durchgegangen. Und ich bin, glaube ich, auch auf respektabel, ich glaube, drei Stunden Spielzeit bekommen, was für so eine Art Spiel gar nicht mal so wenig ist. Doch dazu muss ich sagen, am Anfang war das Spiel absolut mega genial. Ich würde von fünf Sternen viereinhalb geben. Story ist nicht wie ihr, also Story ist wirklich gut. Es wurde sehr viel wissenschaftliches Zeug gelabert, was ich nicht verstanden habe. Aber vielleicht manchmal ein bisschen. Aber was ich halt kritisieren muss, es war halt immer diese eine Sache, es wurde einfach zu oft der Tom halt einfach reingebracht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das war so, der Tom war einfach überall, als ob so eine Armee von fetten Toms durch die Gegend läuft. Ich war in dem langen Gang, Tom kommt. Ich war unten, Tom kommt. Ich war in diesem Bürokomplex, Tom kommt. Tom war einfach durch das ganze Spiel dabei. Das war halt auch jedes Mal dasselbe. Lauf von Punkt A zu Punkt B, erledige etwas, dann hast du wieder das Problem, dass sich Tom verfolgt. Und da muss ich ehrlich sagen, das haben sie ein bisschen schwach gemacht. Die hätten da ein bisschen mehr abbezogen werden können. Ich fand auch, die haben teilweise das so gemacht, dass du eigentlich prinzipiell nicht mehrere Wege hattest, sondern immer den vorgeschriebenen Weg gegangen bist. Ja, das ist, das muss auch ein bisschen... Der hätte ein bisschen mehr Open World sein können, damit man da wirklich sich in der Anstalt frei bewegen kann. Das wäre auch noch mal ein bisschen aufregender gewesen, weil da hätte man auch mehr Gegner und alles auf den Etagen verteilen können. Ein bisschen spezifischere Gegner. Aber gut, ich habe große Hoffnung in Outlast 2 gesetzt. Kurz noch mal mein Statement hier an dieser Stelle zu Outlast Whistleblower, weil das Spiel nie hochgeladen werden wird. Dann Max, der ist dreimal geschafft, das Spiel zu schrotten und ich es garantiert kein Fehl, das war auf ihm. Max, falls du das Vergnügen spürst, dieses Spiel aufzunehmen, überlasse ich dir das Let's Play. Aber ich werde das nicht spielen. An dieser Stelle noch mal mein Statement zu Outlast Whistleblower. Dem würde ihm die DLC, würde ich sogar fünf Stände geben. Für einen DLC hat es eine richtig geile Länge. Es hat mega Spaß gemacht, der DLC. Es gab viel mehr Abwechslung, es gab viel mehr Gegner. Wen gab es denn alles? Der Typ, der uns erst hier behandelt hat wie so einen Juden. Ja, ich habe das Hörtwort gesagt. Du weißt, was ich meine? Ja, dann hatten wir noch die Netten, der Koch vom Fleischsalat. Der Peder, Junge. Wie heißt der? Der Peder. An dieser Stelle Gruß an den Peder F aus meiner Klasse. Den guten Peder gab es. Dann gab es dort den Schwulen. Dann gab es zwischendurch auch einmal den Fetten. Es gab die Lümmelmänner. Der DLC war wirklich um einiges geiler als das Hauptspiel, aber dafür halt um einiges kürzer. Der Abspann ist vorbei. Ich muss noch zwei Minuten dreißig diesen Part hier rumkriegen. Damit auch wirklich die EF-Fahrer fiel. Nee, nee, musst du nicht. Nee, aber ich möchte noch ein bisschen dazu lernen. Wie gesagt, falls Max in DLC let's playen sollte, freut euch drauf. Der DLC ist wirklich anschauenswert. Der DLC ist wirklich cool. Was, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz nochmal für ein paar Ankündigungssachen machen. Wobei, nee, das war ich dann gleich in einem Vlog, würde ich sagen. Können wir machen, ja. Gut. An dieser Stelle, das Spiel war wirklich, wirklich, wirklich richtig geil. Wir haben das jetzt noch ein zweites Mal gemacht, da Max beim letzten Mal irgendwie das Ende weggeschnippelt hat. Fragt mich nicht, wieso. Das frage ich mich auch. Auch wenn, ich hab beim zweiten Mal gerade, weil ich mit manchen Sachen nicht gerechnet hatte, einfach so mega Schrecken bekommen, als ich da hab. Ich hab mehr Schrecken als beim ersten Mal. Ich glaub, das Spiel hat sich aufgehängt. Wer, lass uns noch ein bisschen laden. Aber ich muss einfach sagen, es ist ein hammergeiles Spiel. Wenn Outlast 2 dann rauskommen wird, es gab ja Ankündigungen. Es gibt ja noch keinen Veröffentlichungstermin. Aber wenn es dann rauskommt, könnt ihr sicher sein, dass das auch von uns jetzt playt wird. Da könnt ihr euch mega drauf freuen. Das wird mega geil werden, Leute. So, dann würde ich sagen, ich bin mit meiner Rede fertig. Möchtest du noch irgendetwas hinzufügen, dazu sagen, dazu preisen, irgendetwas in dieser Richtung, Max? Äh, nein. Du bist auch soweit fertig. Ja, ja. Ich würde dann sagen, dann verabschieden wir uns hier mit dem Circle of Life auf unserem Bildschirm. Und, ja. Wir danken uns an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei weiteren geilen Projekten. Ich hab da schon einiges geplant mit Max zusammen. Oh mein Gott. Spoiler. Nee, Spoiler werde ich jetzt hier nicht, aber... Was hast du mit diesem Taschenmesser vor? Keine Ahnung. Willst du meinen Tisch zerstören oder mich? Nee, ich schalte mir die Sackhaare damit. Nein, ich war's. So, dann Leute, also, wem's gefallen hat, lasst ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, wie's euch gefallen hat. Wir freuen uns über jede Art von Kritik, auch konstruktiver, wenn's euch nicht gefallen hat. Außer ich den Spaß zu sagen, ey, du bist so schwul, hat doch schon mein Türkenfreund, du klotscht dich, die werden blockiert. Haut rein, Leute. Ciao.